Herzlich Willkommen ihr Lieben zur Folge 20 bei Janas Nadelzauber. Ich bin Johanna und ich möchte euch wieder zeigen, was ich alles gemacht habe. Ja, es ist wieder viel passiert. Ich weiß nicht, ob ich so viel geschafft habe, wie ich hätte es schaffen können. Im Moment fängt so langsam für mich die Jahresende-Blockade an. Das heißt, Jahresende, kurz vor den Märkten, wenn eigentlich noch einiges gemacht werden sollte, komme ich irgendwie nicht dazu. Ich kriege es einfach nicht dann auf die Reihe. Wenn ich normalerweise vielleicht ein, zwei Tage brauche für ein paar Schafvollsocken, zieht sich das dann so über eine Woche hin. Ich weiß es nicht. Kaum sind die Märkte vorbei und Weihnachten ist da und man sagt, so jetzt brauche ich nicht mehr, dann fluckt es wieder. Also irgendwie so wie Schriftsteller Schreibblockaden haben, habe ich dann irgendwie eine Strickblockade. Es ist nicht so, dass ich nicht stricke. Es geht dann einfach nicht schnell voran. Ja, bevor mich das Licht wieder verlässt, ich merke, die Wolken ziehen wieder zu. Ich habe diesmal keine Tageslichtlampe dazu geholt. Irgendwie war das doch sehr schimmerig. Fange ich gleich mal an. Und zwar werde ich euch gleich noch ein Video anhängen. Ich denke, ich werde es nach hinten packen. Von dem Alpaca-Cape. Das habe ich fertig. Und habe ich auch schon nicht mehr. Also kann ich euch das nur in der Form noch zeigen. Ja, das Licht war ein bisschen bescheiden, weil ich habe es noch eben schnell gemacht, bevor ich es abgegeben habe. Aber wenigstens konntet ihr da nochmal einen kleinen Eindruck bekommen. Wenn ihr das nochmal in etwas besserer Qualität, weil das Licht ja zu dem Zeitpunkt einfach nicht so gut war, sehen wollt, dann könnt ihr das nochmal auf Raveree angucken. Da habe ich nochmal als Projekt das angelegt. Ja, gestrickt hatte ich das aus Relana. Und zwar, ja, habe ich schon wieder vergessen. Es hieß, glaube ich, Superfein-Alpaca. Aber 100% Alpaca. Aber wer das genau wissen möchte, ich habe es ja in den vorherigen Videos ganz oft schon erzählt, der kann dann nochmal da reingucken. Weil die Knäule habe ich mittlerweile auch nicht. Ich hatte noch irgendwie ein, zwei überbehalten. Die habe ich dann wieder zurückgegeben. Sonst ist mein Lager irgendwann sehr voll. Guten Morgen, ihr Lieben. Ich bin fertig, wie ihr seht. Habe ich das Cape fertig. Hier war ich das letzte Mal gewesen. Und jetzt habe ich noch den letzten Mustersätze gemacht. Und den oberen Teil glatt gestrickt. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Hier habe ich rausrechts gestrickt. Es klappt sich aber um und es sieht ein bisschen aus wie ein Kragen. Und deswegen habe ich das jetzt auch so gelassen. Ja, wie ihr seht, bin ich auch ein bisschen auf dem Sprung. Ich muss nämlich gleich los in die Schule. Und da gehe ich dann gleich weiter und liefere das Cape ab. Ja. Und damit ihr es noch zu sehen kriegt, habe ich das jetzt eben bei diesem grottenschlechten Licht, weil wir haben noch ganz früh, jetzt aufgenommen und hoffe, dass es gut zu sehen war. So, seht ihr? Ich habe es nicht gespannt. Ich habe es nicht nass gemacht, weil ich wollte, dass diese Struktur erhalten bleibt. Und hier oben finde ich es auch wunderschön, wo die Abnahmen sind, dass es sich hier auch so kräuselt. Ist es ja nicht richtig, aber dass es solche Fältchen schlägt. Ich finde, das sieht richtig aus wie so ein kleiner Wasserfall. Ja. Ich freue mich, dass ich es noch geschafft habe und dass ich das noch mit euch teilen konnte. Und jetzt flitze ich los und ich werde dieses Video einfach beim nächsten Podcast mit dranhängen. Aber ich wollte es euch gerne so zeigen und nicht nur mit einem Foto, weil das finde ich immer ein bisschen schade, wenn man es so oft schon in die Kamera gehalten hat und dann fertig nicht mehr. Okay, dann bis dann. Tschüss. Ja, ich gucke hier immer runter. Ich habe mir das nämlich hier aufgeschrieben, sonst vergesse ich nämlich irgendwas. Irgendwie ist die Liste doch recht lang, obwohl ich das Gefühl habe, nicht so viel gemacht zu haben. Ja, dann fange ich erst mal an mit den fertigen Sachen, die ich gemacht habe. Da habe ich eigentlich, wenn ich so drüber nachdenke, nur zwei. Und zwar das eine, das waren meine Gum-Gum-Helix-Socken. Die werden ein Weihnachtsgeschenk. Und die sind unterschiedlich. Aber ich denke, dadurch, dass man ja sieht, dass es irgendwie so ein bisschen regenbogig ist, dass das nicht so schlimm ist. Ich glaube, ich war bei der ersten Socke hier, direkt hinter der Ferse und habe dann noch die Spitze dran gemacht und dann kam noch der zweite dazu. Das sind meine August-Socken, wer aufgepasst hat. Ja, wir haben jetzt Ende September oder Mitte, Ende September. Sagen wir nichts zu, ne? Das ist eine 36, 37. Ich glaube, da bin ich auch sehr froh drüber, sonst wäre ich nicht wirklich schneller vorwärts gekommen. Obwohl, man muss ja sagen, sie haben ja die gleiche Maschenanzahl wie 38, 39 und ob man da jetzt die fünf Reihen mehr strickt oder nicht, macht den Kohl auch nicht mehr fett, ne? Naja. Gestrickt hatte ich das aus der Kolibri. Moment, ich muss einmal abtauchen, das Etikett habe ich da. Aus der Kolibri von Relana. Das ist ein Single, also ein Doff-Garn, das nicht verzwirnt ist, was ich eigentlich für Socken nicht so günstig finde. Und zwar, wo steht denn die Nummer? 6204. Und so sehen die im Original aus. Also so richtig schön Regenbogen. Und das andere, das war, das habe ich nachgeguckt gehabt, das war meilenweit 2. Auch ein unverzwirntes Garn. Ja, super. Ich hatte mir das irgendwo aufgeschrieben, jetzt hatte ich es wieder vergessen. Naja, meilenweit 2. Ich glaube, das ist Lammacrosser, ne? Ja, das waren so, hier, da habe ich noch so ein Restchen. Ne, das ist der rote-orangene Teil, auf den ich mich gefreut hatte. Der war natürlich mitten im Knoll und der ist, egal von welcher Seite ich angefangen habe, einfach nicht mehr reingekommen. Deswegen ist die Socke jetzt auch hauptsächlich grün geworden. Und natürlich, aus beiden Knollen kam dann grün. Und ich wollte jetzt auch nicht abwickeln und bis zu dem Punkt, weil ich gedacht habe, ne, dann hast du ja wieder so eine doofe Stufe drin. Dann lieber flüssig durchgehend. Naja, aber wenigstens ist dieses schöne Türkis drin. Ja. Genau, das wandert in meine Sockenbox. Meine Augustsocken. Die sind dann für Weihnachten oder Geburtstag. Diejenige hat ja auch noch Geburtstag. Verrate ich jetzt einfach mal so, weil ich gehe mal davon aus, dass sie jetzt nicht zugucken will. Und wenn, freu dich schon. So, genau. Das waren die Augustsocken. Die halte ich euch jetzt nur ganz kurz hin. Das sind die Pflichtsocken, die Schafwollsocken, Pommersche Landwolle, handgesponnen, handgestrickt, in Größe 42, 43. Ja. Da muss ich noch Fäden vernehmen. Dazu hatte ich nämlich auch überhaupt keine Zeit. Irgendwie, ich habe euch ja am Anfang von September schon gesagt, ne. Ich weiß nicht, was mit diesem Monat los ist. Der ist so voller Termine. Ich bin so... Ja. Ich bin immer froh, wenn ich sitze und mal nichts machen muss. Aber dann rattert mein Kopf und plan schon. Und mein Sohn, der fährt jetzt am Wochenende auf Studienfahrt. Und ich fahre am Ende des Monats auch noch nach Norwegen. Und irgendwie diese ganze Macherei und Planerei, auch wenn es immer nur so ein paar Tage sind, das ist so anstrengend. Der Männer muss auch da sein, damit er Freitag frei hat. Weil bei uns ist es der letzte Schultag. Aber da können die Kinder ja nicht aus der Schule bleiben, nur weil Mama nicht da ist. Ne, ja. Naja, gut, okay. Macht man ja nicht so häufig, werden wir schon überstehen. Ich hoffe, August wird ein bisschen entspannter. Vor allem fangt ja gleich an mit den Ferien, ne. Zwei Wochen Herzferien. Genau. Ja, das war's schon mit meinen fertigen Sachen. Mehr habe ich nicht geschafft. Dafür habe ich ganz viel jetzt wieder irgendwie angefangen. Ich komme jetzt aber erstmal zu meinem Gesponnen. Ich arbeite mich so ein bisschen so, wie das diese Woche gelaufen ist. Also, ich habe das immer, wenn ich irgendwas gemacht habe, dann aufgeschrieben. Und so in diesem Rhythmus werde ich jetzt mal bleiben. Egal, was es jetzt ist. Weil, ähm, sonst verliere ich hier den Faden. Ich hatte euch gezeigt, dass ich hier diese Kaschmir Queen spinnen wollte. Es steht zwar drauf Filzwolle, ist aber so furchtbar weich, dass das ohne Probleme auch, ähm, zu spinnen ist. Ähm, ja, das heißt so furchtbar weich spinnen kann man im Prinzip alles, ne. Also, ähm, aber dass es halt auch als Garn funktioniert, sag ich mal so, ne. Das ist dieses hier. Und ja, es ist genauso weich und fluffig und kuschelig, wie es aussieht. Wenn man es anfasst, hat man das Gefühl, man hat, oh, man hat so ein Babywelpen in der Hand oder so ein Babykaninchen. Also sowas von weich. Unglaublich. Aber es, pff, fuzzelt und ich bin jetzt schon wieder hier. Ähm, und zwar ist da drin 35% Kaschmir, 45% Merino-Wolle und 20% Seide. Also es ist wirklich ein, ein, ein Träumchen. Und ich bin eh kein Freund von Filzen. Und, ähm, da denke ich auch, ne, wie kann man sowas Schönes filzen. Aber gut, okay, jedem das Seine. Und die Farbe ist die Grafit. Und da unten, ja, eine richtige Farbbezeichnung oder Nummer haben die ja immer nicht bei Schoppel. Ähm, ne. Die haben ja immer Namen. Also das ist Farbe Grafit. Oder Grafit, wie auch immer. Ja. In einem so einem, äh, Strang oder Kammzug, ähm, sind immer 50 Gramm. Und ich hatte vier Stück. Einen habe ich jetzt schon versponnen. Das ist dieser hier. Ja. Also es ist grau, ne. In dem, ähm, ähm, Kammzug, da sieht man, dass es ein bisschen so zwischen einem bräunlichen und einem schwärzlichen Ton variiert. Hier im Garn auch. Allerdings wird das die Kamera jetzt hier nicht einfangen. Hier sieht man vielleicht, dass es ein bisschen heller ist. Ja. Ich habe es wieder sehr dünn gesponnen. Also ungefähr so. Ja, gerade hier ist jetzt so ein Bügelchen, ne. Das ist ja nicht repräsentativ. Also so. Sieht man das? Ja. Und das soll dann zweifach verzirnt werden, damit ich auf Lauflänge komme. Weil wie gesagt, ich habe bloß vier. Und das soll für den Markt sein. Das heißt, ähm, meine Lieblingsfrage ist nämlich, handgesponnenes Garn. Dann, ja, haben Sie denn auch genug davon, dass ich ein Pullover davon stricken kann? Und dann am liebsten noch in schwarz, rot, gelb, grün, blau, ne. Pullover Menge heißt ja dann meistens 800 Gramm bis ein Kilo. Je nachdem, welche Faser das ist. Und, ähm, ja, also muss man dann ja schon vorrätig haben am Stand. Und das kann man als Einzelner oder selbst zu zweit kann man diese Mengen nicht spinnen. Und die Menschen haben dafür einfach kein Verständnis. Die denken, das ist wie im Wolleladen. Du gehst hin und kaufst dir dann ein Kilo Wolle. Na gut. Also, ne, deswegen halt versuche ich jetzt auf Lauflänge zu kommen. Dass man da wenigstens irgendwie vielleicht ein schönes Tuch von machen kann. Oder entsprechend kombinieren kann. Ne, wie auch immer. Was dann dann nachher mit passiert ist, ist ja... Aber wenn nur ein Einzelner Strang rumfliegt, der hat immer eine ganz schlechte Chance, ähm, neues Härchen zu kriegen. Ne, außer es ist Sockenwolle. Aber, sind wir mal ehrlich, ne, wir kaufen ja auch nicht von einem unbekannten Garn. Also, was heißt unbekannt? Ein Garn, wo wir nicht so genau wissen, was wir damit machen wollen. Nur 100 Gramm. Oder 50 Gramm. Da wissen wir ja jetzt schon, dass der dann irgendwo immer so ungeliebt in der Ecke rumfliegt. Egal wie schön er ist, ne. Also, naja, gut. Das sind die Marktprobleme. So, wie gesagt, 50 Gramm sind versponnen. Ähm, auf der anderen Spule habe ich schon wieder was drauf. Und das ist noch der Rest, den ich da habe. Und dann habe ich halt nochmal 100 Gramm. Ja, das wollte ich eigentlich zum Wollefest im Oktober fertig haben. Ihr merkt, so langsam tickert die Zeit mir davon. Und ich bin eine Schnecke. Genau. Wo wir bei Märkten sind. Ich habe, das, was ich da habe, habe ich auf den Markt gesponnen. In der Zeit, wenn man mal nichts zu tun hat und die Sonne genießen kann. Wir haben schön draußen gestanden. Ähm, ich hatte euch ja erzählt, dass wir im Grauer Ort, in der Festung dort, ähm, die Hobbykunstausstellung hatten. Und, ähm, da waren wir mit dem Stand draußen. Das war auch gut so. Weil drinnen war es recht dunkel für das schöne Wetter. Es sind ja wahnsinnig dicke Mauern und kleine Fenster, ne. Also drinnen muss man schon künstliches Licht haben. Und mittlerweile hat die Elektronik auf den Märkten ja auch Einzug gehalten. Das heißt, man kann auf den Märkten ja mittlerweile mit EC-Karte zahlen. Weil viele haben diese mobilen Sum-Up-Geräte und, ähm, können damit eben auch EC-Kartenzahlungen machen. So. Ja, das ist die Theorie. In der Festung sind die Wände aber so dick, dass nur die, die am Fenster waren, Empfang hatten. Und alle, die hinten waren, konnten halt nur Barzahlen und entgegen. Ja. Gut, wir standen draußen. Das Problem hatten wir nicht. Wir haben auch die Sonne genossen. Die anderen saßen den ganzen schönen Tag im Dunkeln. Also im Dämmerlicht, ne. Ja. Aber wir haben es genossen. Es war sehr, sehr schön. Die waren auch für einen Samstag, ich war ja nur am Samstag da, ähm, fand ich relativ gut besucht. Ja, genau. Und ich habe da gesessen und gesponnen. Und habe dann meine anderthalb Spulen vollgekriegt. So. Und da wir ja zu zweit waren, konnte ich auch mal zwischendurch mal bei den anderen Ständen gucken. Es war ja nicht ein reiner Wollmarkt, sondern so ein Hobbykunst aus, äh, so ein Kunsthandwerker-Markt. Und da bin ich gleich rumgestöbert. Und zum Glück hatte ich mir nicht allzu viel Geld eingepackt. Ich bin ja auch jemand, der lässt seine EC-Karte dann zu Hause. Steckt sich eine bestimmte Summe, die ich verschmerzen kann oder die ich ausgeben möchte, mir in die Hosentasche. Und mehr gibt es dann nicht. Ja. Mal davon abgesehen, dass ich die Leute ja auch öfter im Jahr treffe. Genau. Jetzt bin ich von gerade am überlegen, was war das Erste, was ich mir geholt hatte. Genau, das war dieses hier. Eigentlich gehe ich immer relativ schnell durch, weil außer Wolle, bin ich jetzt ganz ehrlich, interessiert mich oft nicht so viel. Weil, ja, wenn man sich so viel Klimbims hinstellt, dann ist das Haus irgendwann voll, ne. Und sechs Personen plus viel Klimbim ist nicht gut. Ich habe angefangen auszumisten und ich möchte eigentlich auch nicht mehr so viel dazu haben. Ich meine, es sieht jetzt hier sehr kahl aus, aber wir haben die Bilder da oben hängen. Sie hängen relativ hoch, einfach aus dem Grund, wenn unsere Kinder hier immer auf der Lehne rumgeturnt sind, obwohl sie es ja nicht dürfen. Wenn man mal nicht guckt, tut man es ja trotzdem. Haben wir die Bilder höher gehängt, damit die nicht ständig runtersegeln, ne. So, ist für mich jetzt der Vorteil, ich muss sie nicht abhängen. Naja, aber zurück zur Ausstellung. Ich habe mir diesen, sagte die Frau, Sportbeutel. Sie hatte ja genähte Sachen und meinte, oh, das ist ein toller Sportbeutel, man kann das auch zum Einkaufen benutzen und so. Ratet mal, was ich damit vorhabe. Scharfe, schwarzes Schäfchen. Ich war sofort verliebt, ich fand den so toll. Er ist richtig schön verarbeitet, hat innen drin ein beigefarbenes Innenfutter. Ist ein schöner gewebter Baumwollstoff. Hat hier solche Zugkordeln, wie ein normaler Tonbeutel, wie wir den früher hatten. Hier hat sie auch schöne Schlaufen dran gemacht. Also ich finde sowas ja toll, ne, weil ich kann ja nicht nähen und bin dann schon beeindruckt, wenn solche kleinen Details dran sind. Weil ich weiß, wie ich mich damit abfuckeln würde, ne. Ach, guck an, hier steht es auch noch drauf. Und zwar war das hier von der Vierjahreszeiten-Nähstube. Hat hier auch ein kleines Label drauf gemacht. Es gab zwei Stück, einen etwas kleineren und diesen etwas breiteren. Und da habe ich gedacht, na, kleiner habe ich ja mir selber gemacht. Die nicht so schön sind wie das hier. Dazu sind hier Schäfchen drauf. Und da passt auch vielleicht nur ein Pullover rein. Wie ihr seht, habe ich da schon was drinne. Aber das ist noch ein geplantes Projekt. Ich hole es einmal kurz raus. Ich greife einmal mal rein. Das sind ganz viele Minis. Diese Minis hat meine Freundin aus der kleinen Handspinnerei mit Solarfärbung gemacht. Man sieht auch, dass die so ein bisschen ungleichmäßig sind. Ich weiß jetzt nicht genau, was das war. Aber ich glaube einer, das ist mein Lieblingsstrang davon. Ne, der ist es nicht. Den hat sie mit Zwiebelschalen gefärbt. Und Zwiebelschalenfärbung finde ich sowas von schön. Die macht, das ist ja irgendwie da, wo die Zwiebeln drankommen, färbt es ganz dolle. Und da, wo es nicht drankommt, halt nicht. Und dadurch entsteht so ein fleckiges Garn. Und ich finde diesen bronzefarbenen Ockerton so hübsch. Ich habe ganz, ganz viel, so braun, das ist wahrscheinlich Walnuss und so ein Grün. Also sie hat das mit ganz vielen Farbensachen einfach in die Gläser gesteckt und gefärbt. Und ich glaube hier sowas ist auch, ich glaube das hat sie sogar mit Rote Beete gefärbt. Und sie hat einfach diesen Rote Beete, Saft, also ich esse ja keine Rote Beete, aber diese eingelegten. Und dann hat sie einfach dieses rote Essigwasser genommen und hat daran einfach die Wolle eingelegt. Und es hat gefärbt wie Bolle, also super. Naja, und dieses Garn schläft jetzt da drinnen. Bis ich dann mal dazu komme, vielleicht auch irgendwelche Socken draus zu stricken. Es ist ja Sockengarn. Sie hatte diese Minis halt mitgenommen, um, ja, wenn jemand halt so eine kleine Menge haben möchte oder sich vielleicht selber bunte Socken machen möchte, so zusammenstellen. Aber irgendwie waren die Leute, weiß ich nicht. Ich habe das Gefühl, auf den großen Wollfesten sind die Leute ein bisschen kreativer. Ich sage mal bloß Richtung Steven West oder so. Oder man weiß diese kleinen Minis eher zu schätzen. Vielleicht kommt das jetzt auch erst durch das Internet, dass auch diese kleinen Mengen wohl mal gewünscht werden. Aber bei uns auf den Märkten, wir sind hier so, ich würde sagen, fünf bis zehn Jahre hinten mit der ganzen Handarbeitskultur hinterher. Also das ist hier noch nicht angekommen. Hier weiß auch keiner wirklich, finde ich, auf unseren kleinen Märkten, wer Steven West ist oder so. Also das ist immer noch dieses klassische Sockengarn, Pullovergarn, Loop und Schal und Mütze und das war's. Nichts Großes, Spektakuläres. Mit so großen Namen brauchen wir hier gar nicht kommen. Genau. Naja, das war das. Ach ja, genau. Ich hatte mir noch ausgerechnet. Ich habe ja aufgeschrieben dieses Jahr, was ich gestrickt habe. Das hier ist mein 41. Paar Socken dieses Jahr. Und das hier war das 42. Paar. Ja, eigentlich zähle ich das nicht aus. Ich war jetzt einfach mal neugierig und habe gedacht, boah, ist nicht schlecht, ne? Kann man mitarbeiten. Genau. Ja, das war nur so eine kleine Spaß-Info am Rande. Ja, was habe ich als nächstes gemacht? Ich glaube, das hatte ich euch schon gezeigt. Allerdings war es gerade nur angeschlagen. Und ich bin wirklich nicht weit gekommen. Naja, also ich habe einen Auftrag gekriegt von meiner Freundin. Sie möchte gerne Yoga-Socken haben. Ich habe ihr schon gesagt, ich würde sie das nächste Mal gerne anders stricken. Aber die machen wir jetzt erstmal so. Letztes Mal war ich hier. Ja, gerade angeschlagen, hinterm Bündchen. Dann habe ich einfach meinen Schaft gestrickt. Die Ferse weggelassen. Hier ein bisschen Bündchenmuster. Dann den Fuß glatt. Und das ist der Punkt, den ich anders machen möchte. Weil ich finde, das sieht total bescheuert aus. Am Fuß merkt es keiner. Sieht das keiner. Dann sieht das ganz normal aus. Aber ich sage mal, wenn man sowas jetzt für den Markt stricken wollte. Die Leute denken ja, das ist ein missglückter Handschuh oder so, ne? Ja. Ich würde es gerne zumindest hier auf dem Schaft auch gerippt stricken. Und ich denke, da man ja Yoga macht und die Stellen, auf denen man Kontakt hat mit dem Boden, gar nicht drücken können mit dem Rippenmuster, stricke ich das Ding auch ganz im Rippenmuster. Mal gucken. Ich mache jetzt erstmal den zweiten dazu. Ja. Werde ich ihr noch schmackhaft machen, denke ich. Weil so sieht das schon eher aus. Aber so sieht das doch echt komisch aus, oder? Finde ich. Eigentlich wollte ich euch dazu das auf dem Sockenbein da zeigen. Ja, ich kann es mal so machen. Wenn man es so anzieht, dann fällt es nicht mehr auf. Aber so... Hm, hm, hm. Ja. Genau. Das sind die Yoga-Socken. 38, 39. Obwohl ich sagen muss, nimmt sich nichts, wenn man jetzt 40, 41 hat, kann man die Dinger trotzdem tragen. Da ja keine Spitze dran ist, ist es nicht zu kurz. Aber trotzdem, dieses Stückchen zwischen Ferse und Ballen nimmt sich nicht viel. Also ich denke, das ist schon eher mehrere Größen übergreifend. Ja, angeschlagen habe ich schon die zweite auch, aber das brauche ich euch nicht zu zeigen. Ach seht ihr, jetzt habe ich schon die andere Hälfte von meinen Errungenschaften vom Markt vergessen. Ja, ich bin heute total verpeilt. Bin auch ein bisschen müde, sieht man wahrscheinlich auch hier wieder an meinen Ring. Also, noch weiter zu den Socken. Das ist die Farbe 908, flotte Socke, vierfach Uni von Relana. Genau, die Wolle hatte ich von meiner Freundin bekommen, dass ich ihr daraus Socken stricken kann. Ja. Die schlummern, also sie haben wirklich geschlummert, weil dafür, dass ich sonst sowas ohne Ferse und Spitze innerhalb von zwei Tagen runtergenadelt hätte. Ne? Ja. Die schlummern jetzt seit schon über einer Woche in diesem Beutelchen. Ja, genau. Das waren die Socken. Ich hoffe, dass ich sie fertig kriege. Ich denke, wenn ich sie fertig habe, da sie ja zum Yoga geht und es nächste Woche sehr kalt werden soll, weiß ich nicht, ob ich euch die nochmal zeigen kann. Wahrscheinlich werde ich dann ein Foto machen. Und vielleicht schaffe ich es auch daran zu denken, dass ich es dann auf das Bein ziehe, damit es halt mal vernünftig aussieht. Sieht mir schon doof aus. Naja, gut. Aber ich war ja mit meinem Markt noch nicht fertig. Das hatte ich ja völlig vergessen. Und zwar, als ich dann in die zweite Halle gekommen bin, stand da eine alte Bekannte. Wir waren schon ein paar Mal Nachbarn beim Weihnachtsmarkt in der Festung Grauer Ort. Und die hat so tolle Holzsachen. Die sägt Sachen aus und bemalt sie selber. Und die sind so hübsch und so günstig. Viel zu günstig, meiner Meinung nach. Sie könnte ruhig da 10 Euro mehr nehmen und das wird man trotzdem noch kaufen. Und eigentlich hatte ich mir gedacht, ach, du hast ja bei ihr schon öfter mal was geholt. Ich habe bei ihr, vielleicht zeige ich euch die zu Weihnachten, meine Holzelche da geholt. Und ja, und auch so ein Mobile, so mit Elch und Stern oder Mond oder sowas. Also unglaublich niedlich. Ja, und dann stand sie da. Wir haben uns kurz unterhalten. Und vor ein paar Jahren war ihre Tochter beim Markt dabei. Und die war gerade hochschwanger und wartete, dass es losgeht. Da fragt man dann auch mal, wie geht es denn dem Enkelchen und so. Und ach ja, mittlerweile sind es sogar schon zwei. Ja, da sind wir uns auch im Unterhalten. Und ich gucke rum und da fällt mein Auge auf ein Kürbismännlein. Nein, guckt euch das an. Es hat so einen Fuß, einen Sockel, wo es draufsteht. Guckt euch das an. Meine Jungs haben natürlich wieder gegrint, ne, Mama wieder. Aber guckt doch mal. Guckt doch mal die Schülchen. Ich weiß nicht, sieht man das. Sie hat auch so verschiedene Schattierungen hier, ne, so verschiedene Orangetöne. Und dann dieses süße Gesichtchen. Und sogar die Haare sind noch extra eingemalt. Also ich weiß genau, wie das laufen würde, wenn ich sowas aussäge. Erstens wird mir ständig die Säge kaputt gehen. Und zweitens würde mir dann sowas hier kaputt gehen. Oder hier so die Haarspitzen, ne. Oder hier diese kleine Spitze. Also ich finde den super süß. Und er ist von hinten auch etwas bemalt, ne. Meine Jungs haben gesagt, da hat der hinten gar keine Augen. Ich sage, ja, der ist ja auch der Hinterkopf. Also Sie haben schon recht, es ist ein bisschen ulkig aus. Vor allem hat er ja da hinten, weiß ich nicht. Aber es ist halt der Hinterkopf, ne. Ich fand die Idee eigentlich ganz niedlich. Ja. Und ich dachte jetzt zum Oktober passt er perfekt bei mir in den Schrank. Wahrscheinlich schafft er es nicht wieder raus. Der bleibt dann wahrscheinlich das ganze Jahr überstehen, weil ich den so niedlich finde. Ja. Und man darf es nicht sagen. Fünf Euro. Unglaublich toll. Also ich finde es toll. Sie hat dann auch so große Wichtel gehabt mit so diesen großen Zipfelmützen. Und zu Weihnachten hat sie so schöne Engelchen. Und auch so, für meine Freundin hatte ich mal gekauft so ein Maria und Josef und so das kleine Baby. Das fand ich total niedlich. Und ja, also unglaublich schöne Sachen. Wie gesagt, ich bin ja ein Elch-Fan. Ich liebe zu Weihnachten die Elche. Ringtiere muss nicht sein, aber Elche finde ich schön. Und dieses Kürbismännern fand ich halt auch toll. Genau. Und jetzt mache ich einmal Pause, weil das eine wichtige Sache habe ich vergessen. So, da bin ich wieder. Und zwar bin ich dann durch noch eine Halle durchgegangen und ganz hinten in der Ecke, in so einer schummrigen Ecke, trotz Strahler, saß eine Malerin. Und normalerweise gehe ich an sowas eigentlich vorbei. Aber der Schwerpunkt waren Schafe. Sowas, also ich bin ja eh, also ich mag ja selber auch malen. Allerdings habe ich nicht so das Talent mit den Farben. Und ich mag auch sehr expressionistische Sachen. Zum Beispiel Franz Marc, mag ich gerne. Oder, jetzt oute ich mich mal. Wie heißt der denn jetzt? Jawlenski? Also es sind schon sehr grob gemalte Sachen. Und naja, also bei ihr war es relativ farbenfroh. Und da hing an der Wand ein Schäfchen, ein Lamm. Ja, und da habe ich mich, ich bin so, ich habe das nur im Augenwinkel gesehen und habe dann gedacht, Moment mal, was hängt denn da? Und bin dann wieder zurück und habe so hoch geguckt. Und dann hat sie mich auch gleich angesprochen. Und dann hat sie mir noch ein paar andere Bilder gezeigt. Und auf einer Staffelei stand ein Bild quer. Also es war schon so, ne, so. Und das war ganz bunt, so in orange gehalten. Und mit ganz einfachen blauen Strichen war da ein Lammkopf drauf. So was knuffiges. Und die Farben so toll. Und, ne, so diese Lämmer mit diesen riesigen Ohren. Und dieses schmale Gesichtchen. Also es sah so knuffig aus. Ich hatte ja natürlich nicht so viel Geld dabei. Und dazu kommt auch noch, ne, man kauft auch sich so schnell nicht einfach ein Bild, wenn es nachher nicht in die Wohnung passt, ne. Aber es war süß. So. Und dann hatte sie von ihren Bildern auch so Abzüge gemacht. Also so Fotos. Leider von den Bildern, die ich toll fand, hatte sie jetzt keins da. Aber ich habe mir trotzdem eins geholt. Und zwar das hier. Das Schaf, das die Zunge rausstreckt. Und was mich so beeindruckt hat, ist, das Schaf sieht wollig aus. Seht ihr das? Sie hat so eine Technik, dass das wirklich aussieht wie Wolle. Das ist so getupft und so gespachtelt. Und gut, wahrscheinlich langweilig euch jetzt. Aber ich finde das unglaublich süß. Und sie hat diesen Ausdruck von diesem Tier so toll rübergebracht. Dieses Rot finde ich jetzt ein bisschen viel. Ich hätte das jetzt wahrscheinlich mehr so hier, ne. Aber ich finde diesen Gesichtsausdruck von diesem Schaf so toll. Ja. Ich habe mir mal die Karte mitgenommen von ihr. Die sieht so aus. Vorsicht, ich mache jetzt Werbung. Jetzt kommt eine Internetseite. Ich halte euch das mal rein. Dann könnt ihr euch das angucken. Sie heißt, die Internetseite heißt art-claudiaconizko.de aus Hamburg. Und wenn ihr auf der Seite seid, dann könnt ihr auch dieses Schäfchen angucken mit dem Blau. Und sie hat auch noch ein Bild mit zwei Schafen, die wirklich auch naturgetreu gemalt sind. Also die sehen wirklich aus, als wenn man da so in die Wolle reingehen könnte und krabbeln und kuscheln. Also ich fand das richtig, richtig schön. Und sie hatte auch einen großen Stierkopf. Also es hat mir sehr gut gefallen. Wie gesagt, ich mag ja expressionistische Sachen, von daher. Ja, also ich habe jetzt ganz lang mit dem Gedanken gespielt, ob ich mir vielleicht doch noch ein Bild holen soll oder nicht. Ich habe jetzt aber auch nicht nach den Preisen gefragt. Ich mag auch nicht nach Preisen fragen, wenn ich weiß, ich habe eh das Geld nicht dabei. Ich habe ihr von vornherein gesagt, ich habe es nicht dabei. Aber wie gesagt, ich habe mir jetzt hier ihre Karte mal mitgenommen. Vielleicht schreibe ich sie doch nochmal an und frage, wie teuer das Schäfchen ist. Blaue. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass das den Hunderter knackt. Naja, mal gucken. Ja, das wollte ich euch zumindest erzählen. Dann habe ich mir noch Kuchen gekauft und damit war das Budget beendet. Genau. Ja. Jetzt komme ich wieder zurück zum Strickigen. Ich arbeite ja meine Liste hier ab. Ich habe euch gesagt, dass ich nach Norwegen fliege. Und zwar hat meine Tante die schöne Idee gehabt. Sie wird jetzt 70. Dass wir als Familie zusammen feiern könnten. So, also als Familie zusammen feiern heißt die Familie Norwegen und ich reise an. So, und zwar sind das auch nur drei Tage. Also einen Anreisetag, einen Tag da und einen Abreisetag ist nicht viel. Aber von uns aus gesehen ist so eine Reise eigentlich auch nicht wesentlich teurer, als wenn ich jetzt mit dem Auto runter nach, was weiß ich, Münster, Heidelberg, Passau oder so. So, kommt vom Tanken her dann genau das Gleiche. Und ich glaube, unterm Strich bin ich schneller da, wenn ich beim Auto noch Süddeutschland fahre. Naja, aber was macht eine Handarbeitsbesessene, die überlegt, was man schenken könnte? Ich habe lange überlegt, ob ich meine Familie wirklich damit belästige, dass ich ihnen was Handgearbeitetes schenke. Ich habe meinen Cousin interviewt, also für seinen Vater. Der hat nämlich am gleichen Tag Geburtstag, hat nur keinen runden Geburtstag, aber hat am gleichen Tag Geburtstag. Da habe ich gedacht, da musst du ja auch noch was machen. Da habe ich dann ihn gefragt und habe gesagt, für meine Tante habe ich ja jetzt eine Idee. Aber was kann ich denn deinem Papa schenken? Weil ich wollte jetzt nicht mit Socken ankommen. Meine Oma hat ihm immer Socken geschickt und ich war mir nicht sicher, ob er das mag. Und da hat mein Cousin gesagt, Socken, 43 Socken. Da habe ich gedacht, ja, das ist eine tolle Idee. So, und dann bin ich in meinen Stash abgetaucht und habe dieses Garn gefunden. Das habe ich handgesponnen aus der Pommasche, relativ dünn, sodass ich das wie zwischen 4- und 6-fach Wolle verstricken kann. Und da ich nicht genau wusste, also ich hatte 100 Gramm, das muss natürlich, also eigentlich müsste das reichen, kein Problem. Aber ich wollte ja so viel wie möglich verstricken und ich habe es mir wieder angetan. Ich verfluche es jetzt schon, ich habe jetzt schon keine Lust mehr. Ich habe wieder zwei Socken auf der Rundstricknadel. Ich hasse Magic Loop. Ich bin bekennender Nadelspielstricker. Ich kann es, ich mag es aber nicht. Wahrscheinlich ist meine Nadel auch wieder zu kurz, weil in 2,5 habe ich nicht so eine lange. Normalerweise würde ich nämlich auch nur eine Socke auf der Nadel haben, aber weil ich ja beide gleichzeitig stricken wollte. Bei Toab mache ich das sowieso immer gerne. Und ich finde, es kommt so schön raus, diese Schattierung der Wolle. Und ich muss sagen, ich bin auch relativ stolz, dass ich einen Sockengarn gesponnen habe, was so dünn ist. Weil es ist, ich weiß nicht, ob man das sieht, es ist nicht so dick und wuchtig. Das heißt, er kann es auch vielleicht gut in seinen Schuhen anziehen. Weil er ist Veterinär, genau wie meine Tante auch. Und er fährt auch immer noch Praxis. Er ist für Kühe, Schafe und so diese großen Stalltiere zuständig. Meine Tante war mehr für Pferde und Kleintiere. Also Hunde, Katz und Co. Und ja, und Pferde. Und dadurch war er ja immer frühmorgens schon raus und war den ganzen Tag unterwegs auf den Höfen. Und da, wenn man mal drüber nachdenkt, dass es, wie die Heike Wolltroll gesagt hat, minus 19, minus 20 Grad sind und früher wurde es sogar noch mehr, also noch weniger. Wie sagt man das? Noch kälter. Da sind so Wollsocken eigentlich schon ganz schön in den Stiefeln. Obwohl man sagen muss, ein Land wie Norwegen, das Kälte gewöhnt ist, da fällt kein Schnee und auf einmal ist Schneechaos und Unfälle und alle geraten in Panik. Oh nein, oh nein, wie konnte es denn Winter werden? Nein. Die haben ihre Kleidung entsprechend. Meine Tante hat mir damals für meinen Ältesten einen Schneeanzug geschenkt. Und dieses Teil ist mal eine ganz andere Geschichte als das, was wir als Schneeanzug bezeichnen. Der Stoff ist ganz relativ dick und wasserabweisend. Das ist nicht so eine komische Materialgeschichte wie bei uns. Innen drin ein herausnehmbares, richtiges Futter, das fast Fellqualität hat. Das heißt, wenn du da dein Kind reinsteckst, kannst du draußen, egal wie kalt sein, das Kind ist puppe warm. Du brauchst dir darüber keine Sorgen mehr zu machen. Und genauso haben die halt Mützen und Handschuhe und Schuhe. Die sind das einfach gewöhnt und die können damit umgehen. Wir denken ja immer, wie können die da leben? Ganz einfach, weil wir von der Qualität unserer Kleidung her gar nicht die Möglichkeit haben, uns so einzuziehen. Wir müssten wahrscheinlich in einen Spezial-Schnee-Ski-Laden gehen oder es aus Norwegen ordern, damit wir genau so angezogen sind. Das ist mir aufgefallen. Oder du musst halt wirklich richtig viel Geld ausgeben, um dich anzuziehen. Für die zwei Wochen, die es dann mal kalt ist. Wahrscheinlich hat sie es deshalb nicht durchgesetzt. Naja, das war jedenfalls die Idee für meinen Onkel. Der Kommentar meines Mannes war, ich übersetze das jetzt mal, als das gestern Abend noch so aussah, da sagte er, das sieht aus wie so ein Kokosnuss-BH. Ich denke mal, jetzt sieht man das schon eher, dass das Socken wird. Naja, Männer halt, ne? Gut, das ist Geschenk Nummer 1. Muss in dieser Woche fertig werden, weil wie gesagt, am 28. bin ich weg. Das heißt, ich möchte da nicht mehr unbedingt stricken. Und da ich nur Handgepäck habe und Angst habe, dass sie mir meine Nadeln wegnehmen, werde ich kein Strickzeug mitnehmen. Und mein Mann sagte, dann hast du ja mal eine Chance, von deiner Sucht runterzukommen. Naja, dennne. So. Dann für meine Tante habe ich diese Kone ausgebuddelt. Die habe ich jetzt schon bestimmt seit 5 Jahren. Bin auch immer mal dran am Arbeiten. Aber das ist so dünn. Ich weiß nicht, wie viele Tücher und Pullover und Oberteile. Und ich habe daraus auch schon mal eine Lace-Jacke gemacht für die Tante meines Mannes. Ja, wir haben hier eine Strickfabrik. Wie nennt man das? Eine Maschinenstrickerei. Da kann man auch Oberteile bestellen und kaufen. Und ja, und die verkaufen eben auch ihr Material. Und ob ihr es glaubt oder nicht. Also hier fehlen schon über 200 Gramm. Dieses Teil hat, soll ich das echt sagen, 5 Euro gekostet. Ich bin da hingekommen und habe Lace-Garn gesucht gehabt. In dieser Farbe. Und ich habe die in Handarbeitsgeschäften nicht finden können. Es war immer zu bräunlich. Es war immer zu weiß. Ich wollte einen normalen Naturton haben. Den gab es immer nicht. Zumindest nicht in Lace. So. Und in Socken wolle dann irgendwas mit Tweet. Das wollte ich aber damals nicht haben. Was das für eine Zusammensetzung ist, habe ich damals leider nicht gefragt. Ich bin mit der hingegangen und habe gesagt, ich bräuchte irgendwas Dünnes, Helles. So. Und dann kam sie mit dieser Kohne. Ich war mit ihr sogar da, wo die Maschinen stehen. Da kam sie die aus so einem riesen Bottich rausgefischt. Und dann stand ich mit ihr an der Kasse und sie sagte, 5 Euro. Und ich sage, wie viel kostet denn 100 Gramm? Nee, die ganze Kohne 5 Euro. Und ich sage, ja gut, schon. Ne? Hier. Machen wir mal. So. Ja, und seitdem habe ich dieses Teil. So. Und jetzt habe ich daraus ja auch schon ein Tuch gestrickt gehabt. Ich weiß nicht, ob ich das euch schon gezeigt hatte. Das war dieses Hochzeitstuch gewesen. Und ein Oberteil. Und ich weiß nicht, was ich da noch gemacht habe. Auf jeden Fall wird es nicht weniger. Egal, was ich mache. Selbst die 200 Gramm hat man nicht gesehen, die ich da abgewickelt habe. Und ich dachte, da meine Tante ja eigentlich auch viel noch draußen ist mit Tieren und so weiter, aber auch mal schick unterwegs ist, weil in Norwegen, meine ich zumindest mitgekriegt zu haben, ist das bei denen ja auch so, dass die Höfe sich untereinander zu Weihnachten immer einladen. Und dann ist man mal hier, mal bei dem, mal bei dem, mal bei dem. Und ich denke mal, da wird man sich ja auch ab und zu ein bisschen schicker machen, ne? So. Und dann habe ich gedacht, es ist ein Virustuch, wie ihr seht, aber in Natur und ein bisschen weicher als dieses Baumwollzeug, sie. Und es ist ja wesentlich dünner. Sieht das vielleicht ganz nett aus. Und in Norwegen tragen sie ja auch oft noch diese Trachten. Gut, da haben sie natürlich dann auch ihre richtigen Tücher dazu. Aber das heißt, dass vielleicht dieses... Ich hatte ein bisschen Angst, dass ihr das zu ohmig sein könnte. Aber wenn sie sich das dann so umlegt, ne? Dass das dann so auf der dunklen Kleidung vielleicht auch rauskommt. Ne? Dass sie das mehr wie ein Schultertuch trägt und nicht wie wir so als Schal. Vielleicht gefällt es ihr trotzdem. Da habe ich jetzt natürlich auch noch ein bisschen Druck, weil es soll nicht so klein bleiben. Hoffen wir mal, dass wir das auf die Reihe kriegen. Mein Plan ist, jetzt die Socken erstmal so weit fertig zu machen. Und dann zu häkeln, zu häkeln, zu häkeln, zu häkeln, zu häkeln. Bis ich abfahre, vernähen und dann nehme ich sie mit. Und hoffe das Beste. Ja, so. Das waren diese zwei Projekte, die mir dazwischen gekommen sind. Ja, ich hoffe, ihr hört das nicht. Mein Sohn hat wieder mal seinen Vormittagswecker angeschaltet. Und er ist nicht da, um ihn auszumachen. Es kann sein, dass ich es nachher abbreche, wenn ich es nicht aushalte. Weil der piept durch, wenn man ihn nicht ausmacht. Naja. Gut. Also, das waren meine Geschenke, die ich mir überlegt hatte. Und dann habe ich noch ein Projekt, an dem ich weitergemacht habe. Alles andere habe ich liegen lassen. Und jetzt habe ich doberweise... Also, das ist Knoll 1, was ich schon gewickelt habe. Das ist Knoll 2, was ich schon gewickelt habe. Das ist das dritte Knoll. Und dann habe ich noch eine ganze Tüte voll mit Strängen da liegen. Das ist, glaube ich, mittlerweile auch Knoll 3 oder... Also, 2 auf jeden Fall. Oder sogar schon Knoll 3. Damit ist die Tasche leer. Denn ich habe an meinem Siev weiter gestrickt. Nicht viel. Ich glaube, ich brauche insgesamt 17 oder 18 Mustersätze. Wie ihr seht, habe ich erst 1, 2... Ich bin im dritten Mustersatz. Aber das ist das Tuch. Oder Schal, Stola, wie auch immer man das Ding nennt. Unten an diese Spitzen kommen Fransen noch dran. Ja. Das geht eigentlich rucki zucki. Und ich will das bis zum Oktober fertig haben. Ja, ich will so viel, ne? Na ja, wenn ich wieder da bin, denke ich, werde ich mich da rein stürzen. Damit ich das... Da habe ich dann eine Woche Zeit, das fertig zu machen. Und dann gucken wir weiter. Ja. Das ist 100% Schwurwolle. Ich glaube, das hat... Gute Frage. 200 Meter pro 100 Gramm, glaube ich. Ist auch ein sehr schönes Garn, um das selber einzufärben. Meine Freundin hat da sehr viel Pflanzen gefärbt mit. Ja. Ich weiß nicht, habe ich das schon mal gesagt? Also ich muss ja mal ein bisschen aufräumen damit. Also, weil ich finde es immer... Ich weiß es nicht. Ich stoße da immer so ein bisschen, wenn das jemand sagt, so auf. Pflanzen färben. Klingt so öko und so bio. Ja, kommt aber auf die Farben an. Ich denke, solange man einfach nur irgendwelche Blümchen in ein Glas schmeißt mit der Wolle und so weiter, ist das auch alles in Ordnung. Aber zum Beispiel Blau, Indigo oder bestimmte Töne, wo du so Kupfersalze und so Sulfate und so ein Kram dazu packen musst, damit die Farben sich richtig entwickeln, das ist ja sozusagen Katalysator dann für die Farbe, finde ich es nicht mehr so öko. Das sind nämlich Sachen, die man dann nicht einfach in den Abguss gießen darf. Und da muss ich dann sagen, also vor allem Indigo, das finde ich, ist eigentlich schon eine hochgiftige Geschichte. Da muss ich dann schon sagen, finde ich es eigentlich sehr verwirrend für den Kunden, wenn es heißt, oh, es ist pflanzengefärbt. Das klingt so nach öko und bio und umweltfreundlich und so. Ich denke natürlich, klar, die meisten Farben sind umweltfreundlicher als die Säurefarben, aber unterm Strich, je nachdem, man will ja diese knalligen und schönen und fröhlichen Farben haben, aber um die zu erreichen, muss der Färber noch Sachen da reinschmeißen. Und wie gesagt, wenn er das dann sozusagen als Sondermüll entsorgen muss, wäre ich vorsichtig. Also, das finde ich, ist immer so, weil ja der Trend immer so zu grün, grüner, bio, naturschonend geht, finde ich das doch so ein bisschen blendend, wenn man da nur sagt, ja, ist pflanzengefärbt. Sollte man immer hinterher fragen, wie hast du es denn gefärbt? Blau, Holz? Ja, kochen, Holz rein, kochen, fertig. Wird dann ein Blau-Ton, Lila-Ton. Wenn man es rödlicher haben, ist man dann schon wieder mit irgendwelchen Sachen dabei. Man kann ja die Farben verändern dadurch, je nachdem, was man dazu packt. Manche Leute schmeißen rostige Nägel mit rein, damit bei einigen Farbstoffen andere Töne rauskommen. Aber wie gesagt, so diese Kupfersalze und irgendwelche Sulfate und so weiter, wäre ich schon wieder vorsichtig mit. Und Indigo, wie gesagt, ist auch nicht gerade gesund. So. Vielleicht trete ich da jetzt irgendwas mit los und kriege jetzt gleich böse Kommentare. Aber ist mein Empfinden. Ich sehe das immer so ein bisschen gemischt. Und mag auch so Verallgemeinerungen nicht. Ich finde, man muss sich dann immer selber ein bisschen informieren. Ich bin kein Moralapostel, möchte ich auch gar nicht sein. Ich finde, jeder muss sich selber überlegen, was er machen möchte. Und ich bin ja auch so. Ich höre mir Sachen an und entscheide selber, für mich ist es für mich in Ordnung oder ist es für mich nicht in Ordnung. Und dementsprechend handele ich und ich möchte auch, dass jeder andere auch so handeln darf. Es ist mir halt nur aufgefallen, dass jetzt so viel immer darüber gesprochen wird, über Nachhaltigkeit und dies und das und jenes. Wo wir jetzt auch mal wieder bei den Plastiktüten sind mit Wolle. Ist mir aufgefallen, dass sehr viel geknistert wird beim Wolle zeigen, weil die Wolle immer in Plastik verpackt ist. Also auch schon von den Händlern und von den Verkäufern, wo ich dann immer denke, Wolle ist so ein schönes Naturmaterial. Ich würde mich als Kunde mehr über eine Papiertüte freuen. Ja, gut. Oder einen schönen Stockbeutel. Das haben wir auch am Markt schon mal gemacht. Wenn einer so eine Pullovermenge oder so gekauft hat, dann hat er einen selbstgenähten Stoffbeutel meiner Freundin gekriegt. Und ist dann ja sozusagen schon gleich die Projekttasche mit dabei. Natürlich nicht so schön und aufwendig, wie wir unsere Projektbeutel hier gerne ja schon mittlerweile zelebrieren. Das ist ja mittlerweile genauso schon eine Sucht geworden wie die Wolle selber. Aber diese Plastiktüten, muss ich sagen, finde ich, weiß ich auch nicht. Das ist wie, wenn man Bio-Artikel kauft und eine Bio-Gurke in diesem Plastik eingeschweißt, da kann ich auch nur den Kopf schütteln. Wozu kaufe ich dann Bio? Da ist der Nutzen für mich schon weg, nur weil die Gurke kein Gift gesehen hat. Ist aber Gift in die Luft gepustelt worden, um diese blöde Folie zu bauen, herzustellen. Naja gut, okay. Wie gesagt, dünnes Eis. Na, muss ich nicht auf dem Eis, muss ich jetzt nicht tanzen. So, aber da wir jetzt als Podcaster auch eine Dauerwerbesendung sind, habe ich gedacht, dann mache ich Werbung. So, nicht für mich. Ich kenne eine ganz liebe Schriftstellerin. Und ich darf mich glücklich nennen, dass sie in meiner Familie gehört. Und sie hat ein neues Buch rausgebracht, beziehungsweise man kann es jetzt vorbestellen. Und ich bin jetzt mal ganz dreist und halte es euch in die Kamera. Das Buch heißt Die Tote im Fechtsaal ist ein historischer Kriminalroman von Helga Glesener. Ja, meine Schwiegermutti. Und falls sie hier guckt Ja, ich habe nämlich die Beste, die es gibt. Tut mir ja leid für alle anderen. Nein, es gibt bestimmt auch noch andere, die ihre Schwiegermuttis mögen. Ja, genau. Und sie schreibt sehr schöne Kriminalromane. Sie hat auch relativ viele andere Bücher schon geschrieben. Zumindest schreibt sie, da ich ja wenig Zeit habe, schneller als ich lesen kann. Naja, wie gesagt. Wer da mal reinschauen möchte, der kann das gerne mal machen. Es ist vorbestellbar jetzt, glaube ich, bei Amazon. Jetzt habe ich nochmal Werbung gemacht. Kommt bald raus. Wenn ihr Interesse daran habt, kann ich auch gerne noch mal ein paar andere Bücher von ihr vorstellen. Ich gebe zu, ich habe noch nicht alle gelesen. Wie gesagt, sie ist einfach so schnell. Aber ich habe einige, die ich sehr, 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 sehr gerne gelesen habe und über die ich euch ja ein bisschen erzählen könnte. Ich bin allerdings nicht so gut da drin. Vor allem versuche ich dann nicht die Pornen zu verraten. Sie hat auch nicht nur historische Romane geschrieben, sondern auch jetzt, heute, wie nennt man das, jetzt Zeit? Ja, jetzt Zeit, also aktuell. Krimis geschrieben über Rügen, glaube ich, war das. Genau, das ist eine ganze Reihe. Und dann hat sie auch so ein paar lustigere Bücher gehabt, die sie geschrieben hat. Und auch Fantasy. Und die Fantasy und diese historischen Kriminalromane sind unter ihrem Namen Helga Glesener. Und die anderen sind unter Synonym. Das hat Ursachen wegen Verlage und so weiter. Und wie wir ja in Deutschland sind. Ne, das ist meins. Darfst du nicht unter deinem eigenen Namen schreiben, weil unter dem Namen bist du ja schon unter einem anderen Genre bekannt. Aber gut, okay, das ist ja egal. Aber wer da Interesse dran hat, der kann mich auch gerne anschreiben. Wenn ich schon Werbung mache, dann richtig. Also, wenn ich meiner Schwiegermutti da helfen kann und ihr daran Interesse habt, warum nicht? Wir werden überall mit Werbung beballert. Und dann darf ich das jetzt auch mal kurz sagen. Ich schreibe ja auch rein. Sie hat mich dafür nicht bezahlt. Ich kriege höchstens mal dieses... Schriftsteller kriegen ja diese... So ein paar Exemplare, die sie selber verschenken dürfen. Und da kriegen wir halt auch immer eins. Mit Widmung. Wenn mal keine drin ist, dann sage ich mal, kann ich nicht annehmen. Ich will immer eine persönliche Widmung haben. Naja, ne, sie ist nicht ganz lieb. Ja, damit bin ich schon durch. Wahrscheinlich ist es schon nie wieder nicht mehr schon, sondern sehr lange gewesen, was ich wieder gesappelt habe. Aber, ja, genau. Damit bin ich durch. Ja, ich werde mich jetzt an meinen Haushalt schmeißen, der leider liegen geblieben ist die Woche. Ich hatte so viel Stress und Hinterrennerei. Und, ne, man muss ja zur Bank und Geld wechseln. Und, ähm, damit für den Fall der Fälle, dass man irgendwo kleben bleibt, auch mal ein Taxi nehmen kann. Oder mit dem Bus fahren kann. Oder was auch immer. Ähm, da habe ich mir ein bisschen Geld umgewechselt. Ne, dann die ganzen Rennereien für den Sohnemann. Die fahren nach Wien. Dass der sein ganzes Plan dabei hat. Vor allem, er kommt wieder, während ich noch nicht da bin. Ich hoffe, mein Mann holt ihn auch ab. Aber gut, äh, die Lehrer, er ist ja noch minderjährig, die werden ihn ja nicht alleine weggehen lassen, wenn er aber nicht da ist, ne. Genau. Da werde ich jetzt meinen Jungs mal vertrauen, dass das alles klappt. Und wenn ich dann wiederkomme, sind Ferien. Und da bin ich so froh, dass ich da einfach mal so reinrutschen darf in die Ferien. Ja, genau. Ich werde mich jetzt an meinen Haushalt schmeißen. Werde mal gucken, ob der Computer das nebenher alles so alleine bearbeitet. Und hoffe, dass ihr dieses Gefiep im Hintergrund nicht so laut hört. Ich habe schon totalen Tinnitus. Ach, ja. Er muss mal diese Programmierung rausnehmen. Immer um 10 Uhr quetsch, fängt das Ding an zu piepen. Gut. Aber das soll euch jetzt nicht weiter interessieren. Genau. Ja, dann wünsche ich euch alles Liebe. Ich weiß nicht, ob ich von Norwegen nochmal zum Aufnehmen komme. Werden wir sehen. In den Herbstferien müssen wir auch mal gucken. Mein Mann ist mit zwei in meiner Sinne unterwegs. Das heißt, wir sind ja nur in halber Besetzung. Aber da denke ich mal, werde ich vielleicht eher zu irgendwas kommen. Außer der Kleine klebt mir immer ganz am Bein. Weil ihm langweilig ist, weil seine Brüder nicht da sind. Aber mal gucken. Werden wir schon hinkriegen. Also, passt auf euch auf. Strickt schön. Lasst euch nicht ärgern. Lasst euch nicht stressen. Habt viel Freude an dem, was ihr tut. Und denkt immer dran. Abends liegt man im Bett und der Tag ist rum. Und der nächste Tag ist wieder neu. Und kann der Beste im ganzen Leben werden. Und das wünsche ich euch. Passt auf euch auf. Tschüss. Yay. Tschüss. Tschüss. Tschüss.